Warum habt ihr, warum habt ihr Kevin nicht getötet? Er hat sich selber vorhin verraten. Miren. Äh, hier, wer war nochmal Gruntlebutt, ne, Detective? Detective, ja. Er hat gefragt, was, was die, äh, Golden Gun bewirkt. Und Kevin hat gesagt, wenn du mich anschießt, dann sterb ich, weil ich traite hab. Er hat gesagt, wenn du einen Instant anschießt, dann, äh, wenn du einen, äh, wie heißt das, Traitor anschießt, dann stirbst du. Ja, ja, aber du hast, aber du hast betont, dass du das warst. Ich hab's richtig gesagt. Ne, ich hab's eigentlich schon extra wichtig gesagt und das fand ich voll ganz so cool. Also ich hätt dich erschossen eigentlich. Ja, okay. Weil ich, weil ich das so verstanden hab. Oh, Kevin, bist du im Traitor-Shop? Ich versuch hier, die Entwärtsin zu nehmen. Gell, Tudu ist es. Tudu ist es, Tudu? Warum bin ich's? Weil der was explodiert ist und du brauchen hast. Ja, dann schießt mich doch ab, wenn ich's bin. Hopp, schieß mich ab. Darf ich? Ich bin da runtergefallen. Wenn du denkst, dass ich's bin, ich bin's nicht. Ja, darf ich? Ich darf nur über dein, äh, wenn du's glaubst. Wo bist du? Wie geht's dir? Ich bin oben auf dem Dach, mir geht's gut. Jetzt hat hier schon wieder einer Rauchkrieg geschmissen. Das war ich. Wenn man diese Rauchgranaten werfen. Ja. Einer von euch ist es, ich wette es, Quisic ist wieder. Nein. Aber wer hat mich angeschossen? Wer hat mich angeschossen? Da kam schon wieder eine Granate. Kevin hat, 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 Kevin hat. Das war Kevin. Kevin ist es? Identifiziert ihn! Identifiziert Kevin! Nee, er war's nicht. Grandelwart, du wüsst es. Ich bin's nicht, ich bin's nicht! Ey, das habt ihr zwei. Grandelwart und Mukher! Nein! Die Mist, die Mist hatte die verpickte, Grandelwartische Anwahl und Prinzessin. Wir haben so viel Unruhe gestiftet. Keiner wusste, was los war. Ich hab zwar gesagt, dass es Mukher ist, ich hab genau gesehen. Ja, es waren Mukher, Mukher und Grandel, ey. Nice Mukher, nice, Mann. Einer hat genau die Granate gesehen, oder gesehen, wie ich sie geworfen hab. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab direkt auf dich geschossen und er hat Pantelbart mich erschossen. Und er hat mich erschossen. Ja. So schön, Mukher, Mukher ist es. Schön. Nice. Das ist auf jeden Fall echt lustig. Saugeile Runde. Habsat tutest du. Aber du bist auch gestorben, ja, immerhin. Äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist, man darf die Incendary werfen, aber man zählt danach sofort als K-OS. Ja. Okay. Als was? Als K-OS, also Kill on Site. Ah. Aber was wir machen dürfen, ist das, was ich jetzt mache. Guck mal, ich block erstmal die Tür. Dann werf ich die jetzt, weil die Map-Runde hat ja noch nicht angefangen. Dann mach ich einfach die Tür zu. Und alle, die da sind, die fackeln ab. Ich wär jetzt fast reingelaufen. Ich hab' ja auch was erhöht. Achso, es gibt's. Also, vor der Grunde dürft ihr euch natürlich gegenseitig angeboten. Okay, C. Achtung, guck mal nicht. Wie lange ist das Feuer da oben auf? Kevin ist im C-Menü oder was? Was machst du? Kevin? Kevin! Kevin! Ich warn' dich. Kevin, letzte Warnung. Identifizieren. 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 Tudu. Tudu ist es. Mach. Kevin Warnung. Er war innocent. Scheiße. Zwei Leute. Okay, Fabi und Tudu sind es. Weil ich's nicht bin. Ich bin's auch nicht. Leute, direkt weg. Wer lebt? Kommst du da nicht mehr raus, oder was? Tudu, der verdammte Bastard. Ich bin draußen. Ich hab' dich getötet. Ich hab' dich schon von der Seite. Aber Tudu hab' mich abgelehnt. Ich bin jetzt ganz allein. Nee. Einer muss mindestens noch da sein. Du. Das ist das zweite Mal, dass du durch Ablenkung stirbst. Ja, dann bist du's, oder? Wenn du nur noch zu zweit sind, dann kannst es ja nur du sein eigentlich. Du bist's. Oh, Tudu. Da lacht er. Du bist's. Nein, du bist's. Die Tudu wird's noch versucht. Du bist immer einmal mehr wie ich. Ne, der Versuch. Ich sag doch, du warst es. Wo bist du bloß? Oh, Fickrarsch! Das gibt's doch nicht. Mein Aim ist wie eine besoffene Nutte, ey. Ja, aber ein Gavis Not funktioniert das auch irgendwie. Weiß ich nicht. Ne, ich war auch nie. Ich war auch nie in Counter-Strike der Profi. Ja, ey. Counter-Strike ist was anderes. Counter-Strike kann ich. Keiner redet von dir, Junge. Das Haarflay für die Geburt aller Spiele. Wie kann man einen aufhängen, Muka? Kannst du nur als Traitor. Im Ernst? Mhm. Aber wenn die Runde zu Ende ist, geht das auch nicht. Aber wie geht das? Ich will keine Sniper? Äh, mit Linksklick. Ich geh nochmal hoch. Gib mich eine vernünftige Warte. Ich folge dir. Ne, ich folge dir nicht. Du schmeißt wieder irgendwelche lustigen Granaten, die mich umbringen. Sowas hab ich noch nie gemacht. Muka? Die Runde hat noch nicht angefangen. Wenn ich sterbe, ist es Muka. Wenn ich sterbe, ist es Muka trotzdem. Oh, hier ist Muka. Hier ist Kevin. Hier ist Kevin. Kevin ist safe. Muka ist es, wenn hier jemand stirbt. Kevin, du kannst mich als menschliches Schild benutzen. Okay, alles klar. Dann bleib mal schön bei mir. Ja, nimm den Traitor als Schild. Wenn ich tot bin, dann ist es Muka. Seid schon wieder. Danke, alle. Quisix ist hier. Ich würde gerne hochkommen, aber du unten brennst. Okay, Feuer ist weg. Quisix... Hast du Probleme mit Feuer? Du bist der Traitor bestimmt. Ja, jeder... Keiner kann doch durchs Feuer, man. Ich mach Spaß. Muka war im Traitor-Shop. Ne, ne. Okay. Kandelbart ist hier. Er schmeißt hier Fässer runter. Warum schmeißt du das ganze Zeug runter? Ich schmeiße keine Fässer runter. Kevin hat geschossen. Da hinten schießen wir. Ah, der ist Detektiv. Scheiße. Aber du hast gerade... Wer schießt hier? Warum schießt du, Kevin? Ich mach das den Traitor ein bisschen leichter. Warum redest du weg, Muka? Das ist mir zu gefährlich. Muka ist runter. Ich muss mal aufs Klo. Ich geh zu den Klo. Wenn der Detektiv schießt, wird's Muka zu gefährlich. Okay, dann geh ich dir mal hinterher. Ich mach euch mal nervös, ja? Da schießt einer? Ja, Grandl. Ich mach euch mal nervös. Komm mit, Kevin. Komm mit, Kevin. Ja, nicht durchs Feuer. Du bist safe. Ich bin auch safe. Gleich stirbt, Kevin. Nein, nein. Voller der Safe ist. Geh weg, Grandl, geh weg. Dudu, geh du weg. Wenn ich sterbe, ist es Quisic oder Tulu. Jetzt auch hier runter. Das ist mir zu gefährlich. Quisic ist es, glaube ich. Ich bin nicht mehr rausgekommen. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du weg, Junge. Ich will hier nur raus. Du brauchst mir nicht hinterher laufen. Ah, da kommen wir mal entgegen. Dieser Klo ist gefährlich. Ah, Fabi. Fabi. Du bist nur Sackgast. Geh weg. Ich bin unten. Der Grattelwart verfolgt mich so blöd. Fabi, verfolgt mich. Da ist es bestimmt, ey. Mach die Tür zu Tulu, verfolgt mich. Das ist weg. Muka ist hier bei mir. Wenn ich tot bin, ist es Muka. Du bist nicht tot. Du kannst hier einen Sniper nehmen. Wenn ich sterbe, ist es Tulu. Wenn ich sterbe, Tulu. Tulu chillt hier unten. Er ist im Waffen-Shop bestimmt. Er ist im Traitor-Shop. Schau mal, ich lauf dir hinterher, du hinterher. Ja, gerade eben. Hast du einfach nur da gechillt, Mann. Ich hab mich versteckt. Du hast dir was gekauft, Mann. Du hast dir irgendeine scheiß Terroristener auf mich geschossen. Darum hab ich eine Farmers in der Hand. Jaja, das versteckst du einfach. Wer hat mich geschossen? Ich glaube, der Fabi hat auf mich geschossen. Nein, das war echt. Der Grattelwart. Der Fabi kämmt hier oben mit der Sniper. Hier oben hat keiner geschossen. Tulu, du bist es, Alter. Du bist es. Du bist es. Da hätt ich dich schon lange umgebracht, Mann. Oh, wer ballert, wer ballert. Hier ballert jemand. Muka schieß. Nee, nee. Das ist der Detektiv, der schießt. Wieso ist die Tür zu? Ich seh drei Leute da oben. Wenn ich sterbe, ist es Tulu. Wie oft willst du es noch sagen? Du wärst schon lange tot, wenn ich es bin. Tulu, 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 Tulu. Was war das jetzt? Fabi ballert. Was, was machst du? Der Ballert. Das ist so geil. Lol, Grantelwart hat geschossen. Ja, an die Wand. Auf wen? Auf die Wand. Nee, der hat ganz klar auf Tulu geschossen. Ich war da drin, ne? Und er hat geschossen. Er hat bestimmt nur daneben geschossen. Ich kenn den Grantelpart. Muka ist es, Muka. Ich glaub, der Grantel ist es. Ich bin hier beim Detektiv. Ich bin safe. Muka ist jetzt alleine. Grantel, warum schießt du hier andauernd hin, wenn ich drin bin? Ohne Scheiß, hör mal auf. Ich bring dich sonst um. Mit dem Verdacht, dass du's kerst. Dann ist der Karma weg. Das bist bestimmt du. Jetzt hör doch mal auf, ohne Scheiß. Da kommt auch noch einer hoch, der Detektiv. Ja, dann töte ihn, töte ihn. Ja, töte dich, Detektiv. Genau, mach das. Ey, ich werd beschossen. Ich wurde beschossen gerade. Kevin hat mich angeschossen. Er ist Traitor. Der Detektiv schießt dich ab. Ja, genau. Warum lasst ihr den Muka die ganze Zeit allein da hinten? Der Muka ist es. Der Snipe. Der ist ganz da hinten, ganz allein. Kevin hat... Verdammt doch mal, Kevin, der auf sich schießt. Kevin ist der schlechteste Detektiv immer, ey. Ja. Peter sind beide übereinander. Quisic und Muka, weil die beide da unten rumlaufen. Ach, da laufen noch zwei da unten rum? Wir sind doch alle am Leben. Ach du Scheiße. Wo ist denn Quisic? Ey, gerade in einer Minute haben wir gewonnen. Also passt schon. Ich geh jetzt hier runter, ey. Trau keinem, irgendjemand... Oh mein Gott, da drin explodiert was. Ich geh wieder rauf. Lass mich durch! Wir bleiben jetzt hier oben. Geht weg. Gleich schießt hier. Wer schießt, wer schießt, wer schießt? Hinten, hinten irgendwo. Von wo? Kevin war das? Ja, der Kevin hat wieder rumgeschossen. Quatsch. Kevin, du wärst sowas von Traitor, wenn du nicht Detektiv wärst. Hab der Quisic schon getötet, oder wie? Nein, ich glaub nicht. Egal, wir haben jetzt gewonnen. Im Haus brennt's schon wieder. Er ist nicht tot. Wer schießt? Da, schießt einer! Tudu ist es! Tudu ist es! Tudu! Tudu! Wo ist Tudu? Nooo! Kante! Der wer denn jetzt? Du sagst alle Namen immer. Muss sich schon anscheinen. Okay, Fabi ist es. Wieso ich? Das ist einer von euch dahinten. Fabi hat mich angeschossen. Wer ist Fabi? In-game Namen! Azyron! Azyron! Ja du, ich hör dich aber schießen! Ja, weil ich auf Fabi schieße. Ja, ich hab... Hä? Seh ich nicht. Tudu hat dich getötet. Ich hab nicht auf dich geschossen. Ich hab auch nicht geschossen. Ich lauf hier unten gerade rum. Ich vertraue jetzt überhaupt keinen mehr. Ah, nein! Da stand, dass ich getötet wurde von Kevin. Ich weiß auf jeden Fall, dass Fabi ein Traitor. Ich war doch vor dir, Kante. Ich hab auf Tudu geschossen. Du hast mich getötet, Junge. Tudu war auch Traitor, ne? Ja. Der Einzige der... Wer war der zweite Traitor? Fabi. Die Sau. Fabi hat nicht auf Tudu geschossen. Kevin hat mich erschossen, Alter. Ne, ich war's. Das kann doch gar nicht sein. Ich war's, Grando. Aber unten links stand doch Kevin. Ich war auch vor dir gestanden. Und hab auf Tudu geschossen. Okay, ich hab auf euch beide geschossen. Genau. Weil ihr habt uns beide gekillt. Ich hab's mir einfach angesagt, dass du Tudu bist. Also, ich war letzte Runde Traitor, das heißt, ich bin jetzt innocent. Muss nicht heißen. Doch, automatisch. Ich war noch nie Traitor, das heißt, ich bin jetzt auch kein Traitor. Das heißt, Mooka ist jetzt definitiv Traitor. Oh, ich bin jetzt Traitor. Kevin ist Traitor. Oh, ich bin VIP. Kevin ist Traitor. Ich entschärfe die Bombe. Wer hat da wieder Feuer angemacht? Mooka ist es. Der Detective. Wer schießt? Wer schießt? Wer schießt? Jemand schießt auf mich. Muss schon Namen sagen. Jemand! Cantelbart ist hier. Ja, Mooka ist hier. Cantelbart schießt auf sich selbst. Mooka? Ja, bitte. Was machen Sie? Ich gehe nach oben. Hier ist Kevin. Oh, oh, oh. Mooka ist Detective. Okay. Hier nochmal die Waffe. Kannst du mir eine Traitor-Waffe kaufen, Kevin? Jo, warte kurz. C? Wie war's? C, oder? Gantelbart, guck mich so an. Das ist mir nicht gehört. Das liegt da rein. Vorsicht! Feuer! Quisix hat die geworfen. Quisix hat die geworfen. Wer auf dem Dach, oder? Was? Quisix ist der einzige, der auf dem Dach ist. Cantel und Quisix. Ich bin im Chatmenü! Ich bin im Chatmenü! Quisix ist der zweite. Quisix ist... Quisix hat eine Granate geworfen. Eine Feuergranate. Wer auf dem Dach, oder? Der darf auf jeden Fall getötet werden. Ich war das nicht. Kevin, geh da um und du darfst... Ich gebe ein K.O.S. auf Quisix aus. Der hat eine Granate geworfen. Er ist oben, er ist oben! Quisix! Oh nein! Hä? Wie bin ich? Wie bin ich das? Ich bin ziemlich aufgesoffen, aber wir machen eine Waffe, ey. Ich hatte nur ein Magazin. Ist die Runde eigentlich vorbei? Guter Schuss. Ja, ja, die Runde ist wunderbar. Und ich habe mich gewundert, warum ich von diesem Dach gefallen bin. Tu du? Deine Mutter... Ich wollte es gerade sagen, warum beschwert er sich nicht, dass sie getötet habe? Ich habe sie jetzt extra verknüpft, weil ich glaube ich schon zu viele Schimpfwörter heute losgelassen. Ja. Ey, einmal ne zwei Sekunden bin ich mit diesem verfickten Stück Scheiße alleine und dann schießt er mich ab. Ich dachte halt wirklich, dass wir alleine waren, aber leider nicht. Und dann habe ich auch den Chat aufgemacht, ey. Anstatt auf Mucca zu schießen. Kevin, ich bin hinter dir. Ich habe schon überlegt, ob ich Mucca töten soll, wo ich alleine mit ihm war, aber dann habe ich mir gedacht so, ne. Du hast aber schon auf mich geschossen. Wer ist der Detektiv? Kevin, geh bitte hoch, ich trau dir nicht. Fabi, der schwimmt, der schwimmt. Ach, der umbrennt schon wieder, na super. Ja dann mach, dann hast du ja kein Karma mehr. Oh, I don't need Karma. Karma ist not my friend. Ey, Kevin hat ne Granate geschmissen. Kevin hat ne Granate geschmissen. Was für eine? Rauch. Doch. Aber trotzdem. Warum macht er das? Kevin? Kevin, warum machst du das? Ich bleibe bei dir, weil ich geschützt sein will. Kevin, antworte mir. Also trage ich lieber auf andere Gegner, wenn ich dich hätte töten wollen. Warum schmeißt du eine Granate? Kevin, wieso schmeißt du Granaten? Kevin? Wieso schmeißt du Granaten? Jetzt hatte ich dich fast genutzt. Ja? Mit Shift kannst du mit deinen Traitor-Dings, Traitor-Kollegen reden. Probier mal. Ja, aber müsste mein Traitor sein, ne? Ich weiß nicht, bist du wohl Traitor und unterhältst dich mit deinen Kollegen oder was? Ich war vorhin Traitor. Du bist so ein Vollidiot, ey. Huch. Das ist echt... Ich hab unseren Detektiv getötet. Wie? Ja, dann bist du der Traitor, oder? Ja. Ich hab ihn so verdächtig gemacht, dass er auf mich mit einer goldenen Gun geschossen hat. Oh Mann. Und das ist jetzt deine Ausrede, weil du ihn umgebracht hast, ne? Ja. Und wir glauben, dass er tot ist. Habt ihr den Schuss gehört? Ja, du kannst ja am Arsch der Welt sein. Ja, genau. Wenn die Map auch so groß ist. Also... Dann ist es Grandelwart zum zweiten Mal. Hallo. Ja. Dann töte mich und dann schauen wir mal. Ja. Du bist es nämlich. Ja, genau. Schön den Verdacht auf jemand anderen lenken. Ich kenn deine Tricks schon inzwischen. Ja, ja, ja. Ist das so? Wo seid ihr denn überhaupt, Mann? Ich renne die ganze Zeit hier alleine rum. Ja, ich renne hier auch die ganze Zeit rum. Ab und zu taucht da einer auf. Was war das? Tu, du. Du musst aufpassen. Hier drin ist einer. Ja. Ja, vielleicht wüsstest du es ja du. Hey! Wer? Wer? Hier ist ne Bombe! Ja. What the fuck? Man kann nicht hochgehen. Er hat ne Bombe gelegt. Ach du Scheiße. Ich glaub Quilzix ist das. Ich renne weg. Quilzix ist da oben. Pass auf, da ist ne Bombe. Grandel, hast du die Bombe gelegt? Nein. Ja, klar. Ich weiß nicht mal wie das geht. Ich weiß nicht mal ansatzweise wie das geht. Wucca war das. Mucca sperrt mich ein. Mucca ist es. Nein. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Mucca. Oh mein Gott. Das ist explodiert. Du Arschgesicht. Du war der erste Traitor. Okay, dann ist Quilzix der zweite. Der hat oben ne Bombe gelegt. Mhm, oder du. Weil Quilzix schon tot ist. Ne, ne, der ist nicht tot. Doch, ich hab ihn gesehen. Ja, wer kann's dann nur noch sein? Du. Wie zu mir? Du bist jetzt nicht. Mucca, du Arschgesicht. Du, du bist nicht. Mucca, du Arschgesicht. Du, du, du sagst, komm, komm. Ich dachte, ich kann da durchlaufen, weil ich auch Traitor war. Ich hab den da eingesperrt. Du hättest nur kommen sollen und den töten. Ja. Oh Mann, ey. Und du läufst in die Anmerkungsmine. Wir haben hier echt ein Kommunikationsproblem. Ich dachte, ich kann da durchlaufen als Traitor. Ja, weil du die ganze Zeit komm, 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 rufst. Jo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ-Video und unten den letzten TTT-Part. Haut raus! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!